Was geht hier vor? Wie Diebe in der Nacht müssen wir uns auf unserem eigenen Boden zusammenschleichen. Was können wir ein Volk von Hirten gegen den Kaiser und sein Heer? Lärm dieses Volk von Hirten kennen! An den historischen Städten des Vierwaldstättersees entstand der Großfilm »Wilhelm Tell«. Ein Film von ergreifender Menschlichkeit. Was ist? Die Landwirt ist da! Die Schaden! Blende dich! Tell? Wer ist das? Jedes Kind kennt ihn. Sein Handwerk ist die Jagd. Die Jagd? Das wird auch meines sein. Ein Film voll Spannung und Dramatik. Der Freiheitskampf des Schweizer Volkes gegen Knechtschaft und Unterdrückung wird durch die Ausdruckskraft der Darsteller wieder lebendig. Die kleine Rothaare gewaschen und schrubben und dann den Herrn Kaiserlichen Reichsboten ins Bettchen gelegt. Mit glühender Leisen ist er ihm in die Augen. Blink! »Wilhelm Tell« – ein Film voll Dynamik. Eine Produktion der Ostfilme. »Wilhelm Tell« – ein Film – ein Film-ykling. »Schießwatter! Wir treffen den L trifle schon! Ihr schwind Tu vor den Augen! Ich kann nicht! Macht mit mir, was ihr wollt! Bringt mich um! Aber lasst den Bub einem leben! Ich will den Schuss. Ein Film von einzigartiger landschaftlicher Schönheit. Wilhelm Tellen. Ein Film, den Sie nicht versäumen sollen.